Was ist der Flughafen? Oh, der war so lecker, der Kuchen. Okay, da ist unser Gepäck. Alles voll. Und da kommen die Flugzeuge rein. Okay, da durch. Das kann sich nur noch um eine Stunde halten. Ja, da muss ich sein an unsitzenden warten. Da geht's um den Flieger, wird was gegessen. Morgen sind wir dann fit. Hallo. Kann was Lustiges passieren? Gebe mir die Kamera. Was ist passiert? Also gerade geht's toll. Wir sitzen jetzt hier in der Abflughalle in Frankfurt am Flughafen und warten auf unseren Start. Oder auf unser Boring-Time-Ding. Und ja, wir haben uns gerade hier hingesetzt. Und dann kam ein Typ. Der Christoph. Der Christoph kam an. Und hat so gefragt, ob ich der Jeremias bin. Und ich war erst dann total benutzt. Ich hab gedacht, ey, warum kennt der mich denn so? Ich hab den noch nie gesehen. Dann hat er auch noch so ein Bild von mir dabei, wo ich drauf bin. Hab in dem Moment natürlich nicht realisiert, dass das das Bild vom Blog ist. Dann hat er gesagt, dass er was überbringt. Und zwar hat er eine Karte überbracht von einer Freundin oder Bekannten von mir. Und die auch mit ihm bekannt ist. Und zwar war das die Ali aus Esslingen. Die Karte da. Und die Karte, die sie mir gebracht hat. Oder die er mir überbracht hat. Ja, da wünscht mir die Ali einfach nochmal viel Erfolg auf der Reise. Viele tolle Erfahrungen. Und das finde ich super. Echt überrascht. Und ich danke dir, Ali. Also, gerade kam die Nachricht, dass das Boarding gebrochen werden muss. Gegen Sicherheits-irgendwas, keine Ahnung. Und dann kam die Nachricht, jetzt müssen wir alle nochmal durch den Leuchter und uns alle nochmal durchforzen lassen. Wegen Sicherheitsmaßnahmen. Irgendwas ist wohl passiert. Geht nix. Die geht gar nicht. Die stehen da alle nur rum. Hunde und Personal und die lachen alle. Ich glaube, die lachen sich alle drüber. Und wir sitzen hier. Seit der gefühlten... ...drei Stunden oder so. Realen halben Stunde wahrscheinlich. Auf jeden Fall geht da nix. Sollen wir da hin. Die machen nichts. So, wir sitzen jetzt im Flugzeug. Haben unsere Plätze eingenommen. Sind so breif und komfortabel, wie man sie vorstellt. Was meint ihr dazu? Ja. Ziemlich eng. Die Dinger hinten stören. Die First Class liegen um einiges. Ja, die First Class ist 5, 8. Wir zahlen auch mehr. Hm. Schön. Aber... Aber es geht. Man sieht hier, in jedem Sitz Bildschirm mit Fernbedienung. Auf jedem Sitz lagen Kopfhörer, Kissen, Decke. Also doch recht hoher Standard. Ja.